Hallo, herzlich willkommen bei machtwerk.ch. Heute möchte ich euch schnell etwas über Zoom erzählen. Gestern haben wir ein Facebook Live gemacht, Stefan und ich, und da haben wir über verschiedene Tools geshared, dass hier zuletzt funktioniert hat. Jetzt habe ich aber gemerkt, dass man da mit Zoom auch machen kann. Also ihr könnt ein Zoom-Meeting, ein Zoom-Call direkt auf Facebook streamen, ohne hier grosse Technik zu brauchen. Und das möchte ich euch heute schnell mal zeigen. Also, funktioniert so. Zuerst müsst ihr mal in eurem Zoom-Konto sagen, dass ihr auf Facebook oder auch YouTube streamen wollt. Also, dann stellen wir das ein. Da müsst ihr in euer Konto rein, dann auf Einstellungen, dann bei der Grundlage, im E-Mail-Benachrichtigungen. Und da gibt es eine Rubrik, die heisst Livestream, den Meeting zulassen. Der ist jetzt bei uns schon eingeschaltet. Bei euch wird da auch so aussehen. Dann schaltet ihr da das Ganze ein und sagt, woher ihr streamen wollt. Wir sagen jetzt auf Facebook und auf YouTube und sagen speichern. So, das ist schon einmal der ganz grosse Zauber gewesen. Jetzt könnt ihr ein Meeting anlegen. Das sagen wir jetzt hier mit eingeschaltetem Video. Der Latrio da, so wie wir das kennen. So. Ah, jetzt kann ich natürlich die Kamera nicht freischalten, weil ich die schon auf der Camtasia-Aufnahme habe. Aber jetzt habt ihr da unten so drei Punkte, die mir stehen. Und wenn ihr da drauf drückt, seht ihr jetzt live auf Facebook oder live auf YouTube. Wir sagen live auf Facebook, drücken drauf. Und dann geht da Facebook-Feisch drauf. Jetzt könnt ihr sagen, wo ihr das teilen wollt. Ihr könnt in der Chronik oder in einer Gruppe oder auf einer Seite. Wir sagen da eine Seite, die wir verwalten. Dann rödelt es da einen Moment. Und Zoom und Facebook verbinden sich da miteinander. So, jetzt kommen da noch die Koordinaten, die es braucht, wenn man da sonst einpflegt. Und da schon. Das ist eigentlich schon der Livestream-Bildschirm. Ihr könnt jetzt da noch für Producer wechseln. Das lassen wir da mal sein. Den braucht es nicht. Den gibt es eigentlich da unten. Live gehen. Also da könnte man noch so ein bisschen Titel, Text, Zeug und Sachen einschreiben. Aber grundsätzlich geht ihr auf live. Das jummert dann noch, weil man kein Titel hinzugefügt hat. Trotzdem live gehen. Wir sind da heute kurz unterwegs. Ihr könnt ja da besser machen. Mir geht es ja nur darum, dass man mal sieht, wie einfach es da eigentlich hat. So, zack. Und das ist jetzt eigentlich schon der Live. So, da wären wir auf der Seite. Und da wäre jetzt das ganze Zoom-Meeting live. Wie gesagt, bei mir sieht man jetzt nichts, weil ich meine eigene Kamera da schon für die Aufnahme brauche. Bei euch würde da hier die Zoom-Plattform erscheinen. Wenn ihr einen Interviewgast über Zoom interviewen könnt ihr das ganze gerade auf Facebook oder auch auf YouTube live streamen. Ich finde da ganz eine coole Sache. Da braucht es wirklich ein paar Klicken und schon funktioniert da. Probiert doch das einmal aus. Es nimmt mich Wunder, was ihr damit gemacht habt. Schreibt doch eure Erfahrungen hier in die Kommentare. Oder ob es noch irgendeine Hürden gegeben hat oder nicht weitergekommen sind. Dann beantworten wir da gerne noch. In diesem Sinne wünsche ich eine schöne Zeit und tschüss. auf 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 auf